Ein Kollegiatstift ist eine Gemeinschaft von Säkular-Kanonikern. Säkular-Kanoniker sind deutlich abzugrenzen von München und gehören keiner Ordensgemeinschaft an. Die Kanoniker, auch Chor oder Stiftsherren genannt, leben an einer bestimmten Kirche, dem Stift, für dessen Gottesdienste sie zuständig sind. Neben einer gemeinsamen Messe, dem Kapitelsamt, zählt hierzu auch das gemeinsame Stundengebet. Das Stiftskapitel, also die Versammlung der Kanoniker, verwaltet das Vermögen der Stiftskirche. Die einzelnen Kanoniker behalten, im Unterschied zu Ordensgeistlichen, ihr Privatvermögen. Sie legen keine Gelübde ab und können daher das Stift jederzeit frei verlassen. Analog zum Amt des Dompropstes oder auch Domdekans an Kathedralkirchen steht den Kollegiatstkirchen und damit dem Stiftskapitel je nach Verfassung. Ein Propst oder ein Deschon vor. Säkular Kanoniker sind auch von den Regula Kanonikern regulierten Chorherren zu unterscheiden. Die als Ordenspriester nach einer Ordensregel, zumeist nach der Regel des HL. Augustinus von Hippo, Leben, die Priesterweihe empfangen und Ordensgelübde abgelegt haben, ohne jedoch Mönche zu sein. Gemeinschaft und geistliches Leben Das Gemeinschaftsleben der Kanoniker besteht vor allem im gemeinsamen Gebet. So oft es ihnen möglich ist, kommen sie in der Stiftskirche zum Chorgebet zusammen. Die Kanoniker regeln ihr Gemeinschaftsleben durch Statuten. Regelmäßig treffen sie sich zu Besprechungen, den sogenannten Kapitelsitzungen, bei denen anstehende Probleme besprochen und Entscheidungen gefällt werden. Das Stift wird nach außen hin durch Probst bzw. Deschon rechtsverbindlich vertreten. Manchmal versehen die Kanoniker seelsorgerliche Dienste, sind beispielsweise Pfarrer in benachbarten Pfarrgemeinden. Andere sind mit speziellen kirchlichen Aufgaben, z.B. als Theologie-Professoren, Kirchenmusiker oder Seelsorger für bestimmte Personengruppen betraut. Da die Stiftsmitglieder keinem Orden angehören, haben sie auch kein Ordensgewand. Zu feierlichen Gottesdiensten tragen sie über der Priesterkleidung einen violetten, vorne zugeknöpften Schulterumhang. Darüber an einer Kette oder einem Band das Stiftsabzeichen, Verfassung. Die Anzahl der Kanoniker eines Stiftskapitels ist häufig festgeschrieben. Man strebte meist die Zahl zwölf an, welche sich auf die zwölf Apostel stützt. Oder auch die Doppelung 24. Doch gibt es auch durchaus größere und kleinere Stiftskapitel, die Stiftskapitel werden von Kapitularen geleitet. An erster Stelle steht zumeist ein Probst, an zweiter Stelle ein Stiftsdechon. Kleineren Stiftskapiteln steht oftmals nur ein Stiftsdechon vor. Weitere Dignitäten sind der Schollerster und der Theesaurer. Doch finden sich auch andere Würdenträger wie Diakonusmaor oder Diakonusmeiner. Mit der Säkularisation wurden die meisten Stiftskapitel aufgelöst, sodass es heute neben den Domkapiteln nur noch sehr wenige Stiftskapitel gibt. Zum Beispiel das Kollegiatstift zum HL, Rupertus in Alterting mit dem besonderen Privileg eines infolierten Stiftspups des St. Remigius St. Martin und Castellus, St. Peter und Paul in Prag, Wieserath in Regensburg an der Alten Kapelle und St. Johann. Recht lange bestand auch der Stift an der Theatiner Kirche. Die Kapitel am Petersdom und an der Santa Maria Maggiore in Rom sind formell ebenfalls Stiftskapitel, da in Rom nur der Lateran-Kathedrale ist. Eintritt und Ausscheiden Die formelle Aufnahme eines Kandidaten geschah mit der Possession. Hierfür waren die Tonsur und zumeist die niederen Weihen Voraussetzung. Nach Absolvierung eines Studiums außerhalb der jeweils eigenen Kirchenprovinz erfolgte nach einigen Jahren die endgültige Aufnahme als vollwertiges Mitglied. Die Emanzipation, hierfür verlangte man in der Regel die Subdiakoner Zweie. Der nun emanzipierte Kanoniker hatte so dann Sitz im Kurs, Wutum im Kapitel und die Verfügung über seine Einkünfte. Die Mitgliedschaft endete zumeist durch Tod oder Resignation. Letztere geschah in der Kirchengeschichte häufig zugunsten eines Verwandten. Gelegentlich war auch die Permutation, die HL, der Stellentausch mit einem anderen Geistlichen an einer anderen Kirche zu beobachten. Ausschlüsse waren eher selten. In solchen Fällen legte man demjenigen die Resignation nahe. War früher für die Kanoniker der Stiftskapitel die Priesterweihe in der Regel keine Vorschrift, so ist sie heute unerlässlich. Oftmals gab es in den Stiftskirchen fest ausgeschriebene Ämter für Subdiakone, Diakone und Priester. Stifte außerhalb der katholischen Kirche Außerhalb der katholischen Kirche besteht das lutherische Kollegiatstift Wurzen, Sachsen. Ursprünglich eine Gründung des Bischofs von Meissen, blieb es auch nach der Reformation erhalten. Seine Mitglieder sind lutherische Laien und Geistliche. Auch Westminster Abbey in London ist ein Kollegiatstift, ebenso die St. Nikolaus Kollegiate Church der Church of Ireland in Galway, Republik Irland